Die Oder und auch der Nationalpark Unters Odertal sind sehr stark betroffen worden durch die sogenannte Oder-Katastrophe. Im August habe ich so viele Stornierungen geschrieben, wie ich mir nie hätte träumen lassen. Hier, wo wir jetzt sind, das ist das Pollergebiet. Das war zum Glück von der Katastrophe nicht betroffen. Wir haben hier den einzigen Flussauen-Nationalpark in Deutschland, der eine ganz große Vielfalt aufweist an unterschiedlichsten Lebensräumen. Das ist ein Naturraum, den kann man lange suchen in Europa.